Hallo und herzlich willkommen bei Two Point Campus. Das erste Jahr haben wir jetzt prächtig abgeschlossen und jetzt sollen wir den Studiengang virtuell die Normalität anbieten. Das werden wir natürlich gleich auch mal hier dementsprechend vorgehen. 30 haben wir gerade noch, wir haben ja 50, das ist schon mal, hätten wir beinahe alles rausgehauen. Eine neue technologische Ära ist angebrochen und sie wird deinen Blick auf und durch Brillen völlig auf den Kopf stellen. Studierende können auf ganz neue Art erleben, wie es sich anfühlt an einem Ort zu sein, an dem man gar nicht ist. Entdecke neue Welten oder übe das Schulbild in einer unglaublich komfortablen, völlig privaten, virtuellen Welt. Okay, die sind da mit der Beidauer, drei Jahre, Studiengang starten. Okay, starten wir mal, müssen wir bestätigen. Demnächst wird uns eine weitere Gruppe Studierende anschließen. Es ist wichtig, dass wir mit unserer stetig wachsenden Studierendenschaft Schritt halten. Kaufe ein neues Grundstück für das zweite Jahr auf dem Campus. Okay, wie kann man das jetzt? Grundstück 2. Sollen wir das jetzt schon mal kaufen? Was ums Essen geht, sind die einfachsten Dinge manchmal die schönsten. Heute habe ich natürlich das große Glück, die verschiedensten Speisen zu genießen. Vom Hühnchen-Sandwich bis hin zu Nudeln aller Längen und Formen. Ich werde aber nie vergessen, wie ich damals an der Uni fast ausschließlich von einem Riesenblock Cheddar gelebt habe. Das erklärt dann wohl auch, warum ich mein Studium irgendwann nur noch Käse fand. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar! Also baut sich jetzt das zweite Grundstück auf. Hinweis, der Campus hat sich gerade vergrößert. Aber das macht ihn nicht besser. Zurück an die Uni. Prüfe vor dem Start deines neuen Jahres, ob du alle Campus-Anforderungen erfüllt hast. Ein Hammer ja noch nicht. Und ich wollte ja auch das jetzt nicht unbedingt da machen, sondern hier haben wir ja noch Platz. Da können wir jetzt, äh... Das VR-Labor reinbasteln. Okay, muss eins größer sein, aber Platz haben wir. Headsets. Zack. Den Schreibtisch. Dies ist eine Test-Durchsage. Wiederhole, eine Test-Durchsage. Okay, natürlich auch ein Poster wieder ran. Dann steigt hier das Ding wieder. Jetzt haben wir auch schon auf der 3. Mülleimer. Mülleimer. Desinfektionsteil. Mülleimer. Desinfektionsteil. Und jetzt brauchen wir noch einen Dozenten. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Genau, das ist der für virtuelle Normalität. Ich stopp mal kurz. Ja, dann nehmen wir den Direkt-Wolke-Viktor-Flop-Flop. Flop. Hört sich für mich nach einem Flop an. Okay. Und wir brauchen anscheinend noch einen Forschologie-Dozenten. Ja, wenn es so ist. Der ist schnell, aber der ist glücklich. Ja, der hat auflockernd in Komik, so einen brauchen wir. Ja. Okay. Und ja, auch einen zweiten Vorlesungssaal. Und da würde ich mal sagen, den basteln wir hier rein. Den zweiten Vorlesungssaal. Okay. Dann fülle ich auch wieder Müll einmal. Auch wieder so ein Desinfektionsteil. So ein Whiteboard. Auch ein Poster. Das haben wir noch keine, sagen wir hier noch eins her. Haben wir noch ein paar Punkte übrig. Dann fülle ich vielleicht hier das vornehme Gemälde. Jetzt haben wir zumindest auf drei. Ungültig ist auch was. Aus. Außen. Ne, da würde ich jetzt einmal sagen. so ein Pflänzchen hier mit rein. Okay. Start mein Studienjahr. Folgejahr starten. Und das werden wir starten. jeweils zehn. Jawoll. Studium. Trottel. Sozialleben. Loser. Sport. Feiglich. Das ist einfach nicht vereinbar. Es gibt nur einen Weg, alles zu erreichen. Mach es mit Jumbo. Jumbo University. Dein Leben im Großformat. Hinweis. Ein Finger ist keine Zahnbürste. Poster Fledermäuse. Naja, ich könnte auch freischalten. Und das können wir hier auch reinhängen. Alles klar. Das können wir nicht. Die Liebestrompete. Würde mir gern. Da würde ich jetzt einmal sagen. Solche Korridorobjekte. Korridorobjekte. Ich suche jetzt eigentlich nach Teilen speziell für hier. Genau. Nachbetten. Das hat man ja jetzt. Diese. Zuhause ist, wo das WLAN sich automatisch anmeldet. Und das stellen wir jetzt einfach mal nochmal. Hier. Zwei Betten her. Ein neues Jahr beginnt. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. Hallo. Genau. Die Einschreibung ist jetzt offen für virtuelle Normalität. Genau. So, jetzt stoppe ich nochmal kurz. Aha. Da sind jetzt schon 13 da. Schauen wir mal. Bewertungsnot und Campus Stufe. Okay. Anzahl der Mitarbeiter. Zufriedenheit. Geht leicht nach oben. Okay. Okay. Also das ist natürlich jetzt der aktuelle Stand. Schauen wir nochmal hier mal schnell durch. Kein Club. Befreundet. Liebes Paar. Okay. Neudating. Ja. Das ist dann anscheinend. Gibt es keine, gibt es keine negativen Sachen. Okay. Ähm. Willkommen an aller Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Geht nicht in den Kalender reinschauen. Genau. Wie ist denn hier jetzt? Forschologie. Und hier gibt es dann zwischendurch virtuelle Normalität. Also praktisch wenn die Zeit gleich da was haben, dann weichen die aus in den zweiten. Das passt. Hier ist Ricky Hawthorn. Hier auf Two Point Radio. Im Sommer haben ein paar Freunde und ich eine Angeltour ins nördlich gelegene Tambur gemacht. Das war die pure Freiheit. Einfach nur ein paar Kumpels mit Anglerhüten und einer Schachtel uralter Anglerfliegen. Die reinste Wonne. Okay. Wunsch nach, äh. Das Poster haben wir doch. Dann lehnen wir das mal ab. Aber eine Parkbank könnte man. Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Zwei Parkbänke stellen wir jetzt einfach mal her. Damit wir den Wunsch erfüllen. Jetzt geht es hier langsam los. Okay. Da sieht man es ja. Die eigenen Augen nicht immer zuverlässig. Und da heißt es dann wieder. Okay. Die Antisozialwissenschaft. Achso. Das ist Jahr zwei. Okay. Was weiß ich mal. Einmal ist Jahr eins. Für Neue wahrscheinlich auch. Und dann natürlich das Jahr zwei. Für die, die da geblieben sind. Okay. Was ist das für einer? Ah. Studierende werden gebeten sich großartig zu amüsieren. Hausmeister. Okay. Ah. Da lernen die schon. Das ist wieder das monatliche. Okay. Nicht genügend Kudosch. Da haben wir nämlich genau null. Okay. Schauen wir uns mal da einen Studenten an. Er ist klar. Ja eins. Oh. Der ist sehr, sehr gut. Und da steigt es auch unten. Virtuelle Normalität. Häufige Fragen. Nein. Das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Oh. Da haben wir jetzt schon Stufe sieben. Die Unterhaltung steigt jetzt wieder. Fühlt sich super unterhalten bei der Vorlesung. Ein Kurz. Achso. Lieben die Dunkelheit. So schaut auch aus. Es mag einige von ihnen überraschen, aber der junge Hawthorn war ein ziemlicher Schelm. Damals an der Schule kauften ich und meine Bande einmal tausend weiche Zeichenstifte und tauschten mitten in der Nacht die deutlich härteren Standardstifte der Schule gegen sie aus. Sie hätten mal Mr. Feather Bridges Gesicht sehen sollen, als er am nächsten Morgen die Einschreibung machen wollte. Haha. Der Mann war fuchsteufelswild. Leider sind zwei der Jungs wegen Einbruchs von der Schule geflossen. Ok. Jetzt haben wir hier eine Errungenschaft bekommen. Leider war es nur zu kurz da und ich habe hier auch mehr in die Mitte geschaut. Ok. Neuer Campus freigeschaltet. Das muss furchtbar spannend für Sie sein. Die Bewohner von Freshlay haben jetzt noch etwas worauf sie stolz sein können. Neben ihrem Kanal. Bravo. Herzlichen Glückwunsch. Und so weiter. Aber werden Sie jetzt bloß nicht selbstgefällig. Das ist Ihr erster Campus und ganz ehrlich das sieht man. Der Bildungsminister. Ok. Das sind wir anscheinend. Otto Kiosk freigeschaltet. Kaffee Kiosk freigeschaltet. Und der Wahlbrunnen. Fortfahren. Ok. Hausmeister im Personalzimmer benötigt. Ja da werde ich doch mal sagen. Da werden wir auf jeden Fall diese drei Jahre hier durchziehen. Also. Da werde ich jetzt nicht sagen. Ok. Das ist das andere Ding hier freigeschaltet. Jetzt schauen wir uns doch mal hier den Fotomodus an. Ok. Dann sind die ganzen Dinger hier weg. Ja. Dann können wir hier den Fotomodus und dann das wieder zuschalten. Ja. Alles klar. Häufige Fragen. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Ja. Da können wir ja noch einen Assistenten hier mit reinholen. Schauen die sich hier überhaupt an. Na da hängt da noch etwas fest will ich einmal behaupten. An die Verwaltung bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Ok. Ja da geht es jetzt trotzdem hier schneller. Tag der offenen Tür. Forscherlogie. Eine Gruppe angehender Studierter. Ich möchte den Campus besuchen. Na klar. Ich glaube natürlich nicht, dass das Leben eines jungen Menschen nur aus Angeltrips und ausgelassenen Späßen besteht. Ich habe mir von meinen vielen Mentoren und Vorbildern auch sehr viel Substantielles angeeignet. Ich werde nie die Worte meines Professors im Seminar Einführung in komplexes Denken vergessen. Er sagte mir, Ricky, ich glaube nicht, dass du meine Worte jemals verstehen wirst. Und er hatte Recht. Ein sehr weiser Mann. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus bitte. Jetzt läuft er wieder. Jetzt läuft er wieder rund. Das Ding hier ist durch. Schauen wir, was hier ist. Jetzt wird dann auch der Vorlesungs-Salt 2 genutzt, wie man hier unten sieht. Ach, das sind hier die Leute, die das hier mal anschauen wollten. Die wollten hier mal durch. Nur zu Besuch da. Gehört noch nicht zu den Studierenden. Doch was noch nicht ist, kann auch werden. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Schauen wir mal, da kommt hier sicherlich dann gleich ein Ergebnis. Okay, wieder dieses Dings hier. Der Tag der offener Tür war ein riesen Erfolg. Ja, prima. Diese Studierenden sehen uns jetzt einen wichtigen Teil ihrer Zukunft und sind uns auf Gedeihung Verderb ausgeliefert. Okay, jetzt haben wir zwei Bewerber für Forschologie. Und natürlich ein Ziel hier erfüllt. Schauen wir mal, den Luluhammer. Ich wusste schon, dass ich diese Person mochte, aber nicht auf welche Weise. Kann man freischalten. Ja. Und kann man hier außen herstellen. Stellen wir hier zur Seite. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Danke. Eine spezielle Liebesbank. Schauen wir mal, ob die dann irgendwann mal Platz nehmen. Jo, jedenfalls haben wir da auch schon fast diese 150.000 erreicht. Und auch schon jetzt das zweite persönliche Ziel. Ja, dann geht es doch vorwärts. Danke, dass Sie mich auf meinem nostalgischen Spaziergang begleiten. Vergessen Sie dabei aber nie, dass Glanzzeiten nicht der Jugend vorbehalten sind. Ich wäre gerade nirgendwo anders lieber als hier bei Ihnen auf Radio Two Point. Die heutige Sendung wird übrigens von Bungle Katzenstreu gesponsert. Denn nur dieses Klo macht die Katze richtig froh. Das dachte ich mir. So, jetzt kommt wieder der Ungraubbefall und die Karte des County. Tolle Arbeit. Fresh Lay Meadows verfügt nun über die erstklassige akademische Einrichtung. Rufe im Pausenmenü die Karte auf und entscheide, wo du als nächstes dein Campus einrichten willst. Ja, ich würde schon mal sagen, wir können ja jetzt hier mal drauf schauen. Ach, das ist hier diese. Wo haben wir die Karte? Wo haben wir die Karte? Okay. Ja, das würde ich mal sagen, das werden wir uns in der nächsten Folge genauer anschauen. Ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020